Weißt du, was krass wäre, wenn so Zuschauer denen so Hüte bauen würden, dass sie so edel aussehen, checkst du? Oh, so Kronen-mäßig. Nee, 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 mehr so, ich finde mehr so ein Zylinder, so ein, ähm, wie so Zauberer halt. Oh, weißt du, was der hier braucht? Was ist das? Ein Monokel. Boah, yo! Sir Long Rüssel braucht ein Monokel. Ein verfickten Monokel, Mann. Abo! Abo Wallabitches. Wallabitches fitten, komm. Leute, so ein Ries... Scheiße, wird schwindelig. Ist alles okay? Jetzt geht's wieder, okay. Und damit, herzlich willkommen zum Edelthor, Freunde. Es ist mal wieder soweit, ich fass es nicht, wir sind in unserem Studio, Bro. Nur wir beide, es ist ne, 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 es ist ne OG-Folge, könnte man sagen. Es ist sowas von ne Oldschool-Folge, dass ich jetzt folgendes tun möchte, ein Sprachenintro präsentieren. Boah, du? Ja. Bro, das ist das erste Mal, dass du das machst. We turn it back, man! Hey, man, 2022, we turn the whole game sideways. Okay, hör zu. Okay, okay, das hatte so ein bisschen so einen spanischen Touch, aber es ist nicht spanisch. Liegt vielleicht an meinem Temperament. Okay, okay. Kannst du nochmal, gib mir nochmal die ersten Lines? Okay, gib mir einen Tipp. Sind die Buchstaben ganz normal, äh, lateinische Buchstaben? Ja, aber es sind verrückte, es sind verrückte Sachen dabei, ja. Okay. Ich kann dir auch, wenn du willst, ne Himmelsrichtung sagen. Weil es trotzdem noch schwer genug. Westeuropa. Nein. Ähm. Also Westeuropa wäre ja nur... Südamerika. Bro, warte mal kurz. Westeuropa wäre doch nur Frankreich und Spanien, sag ich mal. Und Portugal. Ich sag mal Ost. Europa. Ja. Oh, sehr, sehr schwierig. Okay, ist es sowas wie Tschechisch? Oder Kroatisch? Kroatisch ist es nicht. Das hätte ich mit mehr Inbrunst vorgetragen. Tschechisch, ich würde sagen, es kommt ähnlich, aber so noch ein bisschen anders. Ungarisch ist es nicht. Nee, aber ich glaube, das sind alles so ein bisschen Verwandte. Jetzt werden mich die Leute wieder schlagen, sorry. Polnisch? Polnisch vielleicht? Nee. Aber es ist voll ähnlich. Aber ja. Okay, jetzt zähl mal alle Nationalitäten auf, die so Lkw-Fahrer in Deutschland haben. Oh no. Da haben wir ja gerade schon drei gehabt. Oh no, oh no. Okay, äh, Tschechisch, Polnisch, ähm, Russisch, ähm, Ukrainisch. Denk an so eine Zoll-Doku. Wen kontrollieren die da? Was hast du gerade gesagt am Ende? Russisch? Ukrainisch? Nee. Ähm, äh, was gibt's noch? Viel bleibt nicht mehr übrig. Was ist Bukarest nochmal für ein Land? Ich gucke gar nicht drauf. Ähm. Peinlich. Budapest? Rumänien, Rumänien, Rumänien. Huah! Ist es Rumänien? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann, direkt first hit. Let's go. Crazy. Ey, Sprachenintro, jemand hat sich's gewünscht. Ich fand den Tipp, Mann, der war so scheiße, Bro. Überleg mal einfach an so Trucker, die angehalten werden in so einer Doku. Ah, jo, ach so. Doch, ich finde, Rumänien kommt da direkt das Wort. Dann hab ich's instant. Was ich sehr unfair finde in Rumänien gegenüber und Sir Long Rüssel auch übrigens. Bro, wurdest du... Oh, nein, wieder Kontrolle. Freunde, falls ihr gerade über Audio hört und euch fragen, was für weirde Leute wir hier nachmachen. Wir haben unsere neuen gekauften Kuscheltiere endlich mal in Use Case. Die haben wir damals gekauft, als wir unsere Couch kaufen wollten, die wir immer noch nicht gekauft haben, by the way. Aber wir haben dafür jetzt einmal den Podcast Panda Podcasten. Podcasten, ja. Den hab ich auf dem Schoß. Und Dominik hat Langrüssel, den Elefant. Oder wir haben noch einen alternativen Namen. Ja, Sir Longcock. Nee, das war der nicht. Sir Longrüssel. Ich glaub einfach nur Langrüssel. Bro, aber er sieht schon aus wie so ein Sir, Mann. Der ist schon voll alt. Der hat schon viel gesehen. Er hat auch schon viel gehört. Weißt du, was krass wär? Wenn so Zuschauer denen so Hüte bauen würden, dass sie so edel aussehen. Checkst du? Oh, so Kronen-mäßig. Nee, nee, nee. Mehr so, ich find mehr so ein Zylinder. So ein, ähm, wie so Zauberer halt. Oh, weißt du, was der hier braucht? Was ist das? Ein Monokel. Boah, yo! Sir Longrüssel braucht ein Monokel. Ein verfickten Monokel, Mann. Abo! Abo Wallabitches. Der Kopf ist gefickt. Wallabitches kaputt, Mann. Freunde, ich freu mich wirklich sehr, dass wir mal wieder eine Folge zu zweit haben. Wir hatten unfassbar geile Gäste. Wir hatten als letztes Jahr die 01099-Jungs. Ja. Sehr, sehr geil. Kam auch super bei euch an. Ich weißt du was, ich hab mich direkt im ersten Satz des Podcasts direkt in den Fauxpas reingesetzt. Bei den 01099-Podcasts? Ja, aber das fanden die nicht schlimm. Fanden die nicht schlimm, aber ich dachte so, es macht doch voll Sinn, wenn man sich nach einer Zahl benennt, dann wird jeder, also auch jeder von euch zu Hause wird gedacht haben, ja Mann, so heißen die. Weißt du? Ja, klages Fauxpas, Mann. Ey, gut, dass du es nochmal aufgeklatterst komplett. Danke. Ey, machen wir nicht so, ja. Da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt. Das war wirklich eine knappe Kiste. Vor allem, wir haben crazy viel erlebt. Wir haben da ja irgendwie nie so richtig drüber sprechen können, hab ich so das Gefühl, weil wir ja immer mit Gästen gelabert haben. Und dann labert man natürlich eher mit den Gästen, als es ist, was gerade aktuell abgeht, so bei einem, finde ich. Deswegen, vielleicht könnten wir so ein quickes Live-Update-Catch, also reinballern jetzt kurz. Sollten wir auf jeden Fall machen. Wobei ich überlege, gerade vor den 01099-Podcast-Editionen hatten wir ja zwei Folgen aus L.A., da waren wir auch zu zweit nur. Aber da war man so im L.A.-Stress, so in so Hustle-Ding. Also mir ging seitdem crazy viel ab. Ich kann ja mal kurz anfangen. Also im Grunde waren wir halt auf einem Splash. Davon haben wir ja schon so ein bisschen was erzählt gehabt in der 01099-Ger-Folge. Aber genau, Splash war sehr geil. Ich muss sagen, ich war persönlich noch nie auf einem Festival mit übernachten. Das war mein allererstes Mal. Bei mir auch. Ich war immer nur so Daily-Sachen, wo man abends wieder abgefetzt ist. Also, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht ganz, woran es lag. Wir haben davor und danach sehr, sehr viel gemacht. Ich fand es aber auch übelst anstrengend. Also ich dachte mir nur so, okay, ich finde es krass, dass da Leute so ein ganzes Jahr darauf warten und sparen und das dann machen. Ich fand es aber auch trotzdem sehr, 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 sehr geil. Aber ich sage ehrlich, ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, entweder würde ich da mit einem geileren Zelt um die Ecke kommen oder in einem Wohnwagen oder ich würde gleich in einem Hotel schlafen. Weil irgendwie, bro, dieses Zelt-Ding hat mir, ich weiß nicht, irgendwie so früher, als wir Kids waren, bro, da waren wir immer so einmal im Sommerurlaub, waren wir immer in Prero an der Ostsee und haben immer so eine Woche, eine Woche gezeltet und den ein oder anderen Buberts verspeist. Wie alt war denn der? Möchte ich nicht sagen. Alt genug. Aber jetzt nicht so acht, neun. Nein. Bro, ich weiß nicht ganz, darauf bin ich nicht unbedingt stolz, aber wir haben ziemlich früh angefangen, Weed zu smoken bei uns. Crazy bei uns. Wir haben mit, ich glaube, ich habe mit 15 meinen ersten Joint gesmogt oder mit 16 oder so. Krass. Und ich glaube mit 16. Ich glaube mit 16. Und ich war der letzte in unserer Friend-Group, der ein Weed gesmogt hat, weil ich, der ein Weed gesmogt hat, weil ich fand das übelst gruselig. Und alle meine Homies haben das halt schon so, sag ich, more or less regelmäßiger gemacht. Mit 15 auch schon? Ja, so alle, einmal im Monat oder so. Crazy. Ey, das ist so krass, wie das unterschiedlich sein kann, Bro. Bei mir war das gar kein Thema. Ja, das würde ich auch, also da bin ich nicht stolz drauf, aber ich, so ist es halt passiert, da braucht man ja jetzt nicht lügen. It's like that, man. Genau. Jetzt aber auch, also wenn ihr Bock habt, dann, also denkt halt immer dran, dass es halt im Wachstum noch echt nicht so geil ist. Genau, das ist das Ding. Ich glaube, bis 21 wächst man noch und dann ist es übelst scheiße. Aber ich habe das, so wie es jetzt auch ist, quasi super selten auch schon damals gemacht, deswegen ging es, glaube ich, einigermaßen fit. Und ich glaube, ich kann mir sowas einfach wirklich, ich bin einfach so DNA-mäßig so Bild, dass ich mir sowas easy umgehen kann irgendwie. Ja, Gott sei Dank. Also so mit Sucht und so, da bin ich sehr nicht anfällig. Ihr kommt drauf an, welche Sucht? Du hast andere Süchte halt, mit denen du... Arbeitssucht. Ja. Aber das, ja. Was man so dumm sagt, aber was halt auch schon negative Auswirkungen haben kann. Voll, voll, voll. Auf, da habt ihr immer gezeltet, aber? Äh, ja, genau. Also da haben wir halt immer gezeltet und dann haben wir halt immer eine Woche am Strand. Das war Prolet Nojo, das kann ich so empfehlen. Das würde ich auch gerne jetzt nochmal machen, glaube ich. Weil das ist irgendwie ein anderes Feeling als beim Splash. Weißt du, beim Splash campst du so und um dich rum ist halt Wald und andere Leute, die halt campen und saufen. Da war es aber mehr so... Du musst dir das vorstellen, das war eine große Strandpromenade, könnte man fast sagen. Okay. Und da war sehr viel Strand mit so, wie man es halt kennt, mit so Volleyballfeldern und so war es richtig cool. Und einfach Strand, ganz normal, sehr sauber auch und so, wie man halt Ostsee kennt, I guess. Doch Ostseestrände sind immer sehr sauber. Ich war übel selten in der Ostsee. Ja, ich war immer Nordsee. Ja, okay, weil... Ah ja, okay, gut, klar. Klar, weil, ja, macht Sinn, I guess. Ein bisschen näher. Ja. Ja, wir waren halt sehr oft an der Ostsee. Aber heute ist ja von Benchinaus, das ist ja super nah. Drei, vier Stunden oder so, das ist super chill. Voll geil. Und ist eigentlich übelst sauber und mega schön und da sind halt eher so Familien und so Rentner, die da halt wirklich auch mal so drei Monate bleiben oder so. Wie man sich das vorstellt. Ja, ja, genau. Und du musst dir das vorstellen, da ist so... Ja, also Wasser, ob wir es, also die Ostsee, dann Strand und dann ging da so eine Düne hoch. Ja. Dann ging so ein ganz kleines Stück, waren dann immer so Einkerbungen und dann ging es hinten wieder runter. Das ahn ich. Das ist auch Nordsee. Und wir haben immer auf der Düne gecampt. Darf man das? Ja, das waren richtig Stellplätze. Also da... Übel geil. Die meisten von den Stellplätzen waren nur auf der Düne. Das ist ja übel geil. Und dann hast du halt so ein bisschen Wind geschützt, aber auch so einen richtig geilen Ausblick auf die Ostsee direkt. Machst du auf, es ist so geiler. So Meereswind, weißt du, so irgendwie geile Luft natürlich auch so. Und dann hast du auch so diesen Vibe, weil man musste dann so vorlaufen, dann war dann so wie so ein kleines Dorf da, wo dann so ein kleiner Supermarkt war und alle waren so in Flipflops unterwegs, weißt du, so. Ja. Dann war da immer so eine kleine Bühne, da sind irgendwelche Leute aufgetreten, war immer übel scheiße, aber war immer so ein Vibe, weißt du? Ja, ja, check. Und das hat mir so super viel gegeben. Aber das alles, dieses ganze Drumherum, war beim Splash irgendwie nicht. Da war es halt einfach nur die Schlafmöglichkeit. Und dann denke ich mir so, ja, okay, keine Ahnung, dann hätte ich jetzt auch einfach irgendwie ein Hotel oder einen Camper pennen können. Also ich ahne es, dass Leute das so richtig auch als Urlaub so nehmen. Das haben wir auch Leute gesehen, wo du gemerkt hast, die haben ein Jahr lang geplant für das. Die waren richtig ausgestattet. Die haben sich sogar mit anderen Leuten so zusammengetan. Dann hatten die so Aufenthaltsbereiche mit so Pavillons zusammengestellt, wo die dann immer auch saßen. Manche Leute, also wir waren ja auf diesem, auf so einem VIP-Campingplatz-Dings halt, aber es gab ja auch die normalen, wo mir Leute so Geschichten erzählt haben, dass da, also manche Leute richtig so Essenstände aufgebaut haben, aber halt als Privatperson. Die haben aber halt irgendwie Essen verkauft einfach so, weißt du? Ich glaube, das ist borderline illegal, was die gemacht haben. Wahrscheinlich, aber da hab halt, also zu normalen Preisen, das heißt, da sind auch viele hin. Also das ist so ein, ich glaube, für manche ist das ein richtiges Ding und ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal einfach mich besser vorbereiten, aber trotzdem das Zelten mitnehmen, weil so Hotel, ja wohl, ich meine Hotel und Festival geht auch klar, weil du hast trotzdem noch die Ex. Also die Ex waren fucking awesome. Ich hatte zu diesem Thema, was wir gerade meinten mit diesen Zelten und so, hatte ich einen sehr abgehobenen Take, glaube ich, am Ende, ähm, am Ende vom Festival. Ich hab so überlegt, ich hab so gerecapt, warum da so andere Leute waren, die halt so, no joke, das waren dieselben Leute, die hab ich auch um drei Uhr nachts besoffen ins Zelt gehen sehen, weißt du? Ja. Und am nächsten Morgen, neun Uhr, standen die da, haben Bierball gespielt oder Flunky Ball. Genau, das hab ich auch nicht verstanden, ja. Und dann dachte ich so, Bro, wo nimmt ihr die Energie her? Und dann dachte ich so, dann hatte ich so einen abgehobenen Take, ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es abgehoben ist, aber so ein, ich hab überlegt, vielleicht passiert in unserem Leben zu viel kranker Scheiß, also geiler Scheiß, dass man vielleicht diese einzelnen Sachen dann jetzt nicht mehr so, also, ich hab mir überlegt, ja, woher haben die die Energie? Die Energie haben die halt daher, weil die so krank Bock drauf haben und weil die das, weil die so lange drauf gewartet haben, dass es endlich das Splash wieder gibt, wahrscheinlich und weil die das most of the time des Jahres wahrscheinlich eher so in der Arbeit irgendwie stuck sind, was sie vielleicht so semi feiern und einfach nur machen, damit sie Money kriegen und, ähm, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber so, ich hab halt so überlegt, vielleicht es geht bei uns einfach zu viel ab, dass man so diese einzelnen Sachen gar nicht mehr mit so 140% Energie machen kann, weil ich hatte jetzt keine Vorfreude für ein halbes Jahr auf Splash. Für uns war es einfach so, ja, lass mal zum Splash gehen, weißt du? Ja, gut, ich meine, bei uns war es dann schon so ein bisschen auch terminmäßig vielleicht. Also das Splash eher sowas wie so, also klar war das auch cool, dass wir die Acts gesehen haben, gerade am zweiten Tag war ich schon dann eher so privat da, aber gerade der ganz erste Tag, da war ich auch einfach so den, also bis wir den Podcast am Abend vom ersten Tag im Kasten hatten, war ich auch die ganze Zeit so ein bisschen angespannt. Same. Ich konnte es nicht so richtig genießen, ich war die ganze Zeit nur, haben wir jetzt alle Techniktaschen dabei? Irgendwie, als wir hingelaufen sind, dann fuck, jetzt fehlt die eine, die das Ding getragen hat, ich war die ganze Zeit nur so, ähm, und dann muss man auch noch eine Sache sagen, ich denke mal, die anderen Leute, die da waren, die sind nicht gerade ersten Tag vorher aus L.A. zurückgeflogen. Ja, wir haben noch ein bisschen so Jetlag-mäßig. Nicht nur, also bei mir hat der Jetlag richtig gekickt. Ja, das stimmt schon. Und die L.A. Anstrengung an sich hat auch noch richtig gekickt. Ja. Und dann auf Splash, dann, und dann sind wir ja, glaube ich, haben wir richtig lange gelebt mit dem, mit dem Ding im Kopf, dass da irgendwie Zelte halt stehen, wo wir einfach nur rein müssen. Dann hieß es so zwei, drei Tage vorher, nee, das heißt, wir mussten uns dann noch auf Biegen und Brechen noch irgendwie Zelte zusammenleihen und Matratzen. Ja, wir haben uns halt fünf Minuten vorher alles gekauft. Im Dekathlon noch, ja. Ich hatte noch von meiner Freundin auf Krampf ein altes Zelt und so mit dabei, hab aber dann auch lieber ein neues geholt schnell, so ist es auch besser für die Zukunft und so. Ja, aber. Aber das war ja alles Stress, Bro, weißt du? Safe, safe. Aber ansonsten muss ich sagen, all in all, Splash-Recap. Sehr, sehr geil. Mein Favorite Act war auf jeden Fall Moneyball. Da waren Dominik und ich im Mosh-Bild, da kommt auch noch ein geiler Vlog auf euch zu, Freunde. Bro, ja, true. Der kommt, glaube ich, nächste Woche. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich drauf. Ja, ich weiß nicht, was dein Favorite Act war. Ich glaube, Ace of Rocky fand ich auch noch sehr decent, Mann. Bro, und ich habe es dir schon privat erzählt, aber da habe ich mich so weit nach vorne gemoscht. Aber Ace of Rocky? Ja. Stimmt, wir haben uns da nicht gesehen, ne? Ja, ja, da war ich halt mit, ich war mit Wieland und Jofi und noch ein Kollege von Trimax da, liebe Grüße, falls ihr es seht. Und wir sind dann, also die Mosh-Bits nach vorne waren crazy. Oh, fuck, ey, das wird wild hier. Aber wir sind einfach rein und haben uns in jedem Mosh-Bit immer weiter Richtung Bühne so gemoscht. Und ich stand am Ende wirklich so drei Reihen vor ihm einfach so. Das war richtig crazy. Das war richtig nice. Ja, und danach sind wir alle nach Hause. Du bist quasi Streaming gefahren und Majel hinter der Cam da und Lena, meine Managerin oder unsere Managerin. Wir sind zu dritt dann noch nach Österreich gefahren, spontan, weil wir eine Einladung bekommen haben von McLaren für ein Formel-1-Rennen für den großen Preis von Österreich. War es eine spannende Fahrt oder fährt man nur so zwei, drei Stunden oder wie lange fährt Zwei, drei Stunden, ja. Ne, ich glaube, es war acht. Hinfahrt war acht Stunden oder so, Bro. Nach dieser ganzen Anstrengung, von der wir jetzt gerade erzählt haben, die müsst ihr im Kopf haben, dann setzen die sich noch in Auto, krass. Ja, dann hat Majel, glaube ich, noch im Auto so ein bisschen editiert und so auf diese Filme, also das war auf jeden Fall ein Grind und dann Formel-1 war aber wirklich, Bro, das war krass, also da kommt auch noch ein Vlog zu, aber so, das war ziemlich cool, man, weil dadurch, dass wir halt da eingeladen waren, haben wir halt so Einblicke bekommen in das Geschehen da vor Ort während dem Rennen, was übelst krank war. Wir waren in so einer übelst heftigen Lounge, Bro, da saßen, also wirklich, das sah aus, als wäre da so, da waren easy Leute, die hatten so 100 Millen Net Worth, weißt du, so eine Lounge war das. Und dann war so, wie so ein Buffet aufgebaut, aber das ist mit Abstand das krankeste Buffet gewesen, was ich in meinem Leben je gesehen habe, Digga. Da war so ein Buffet mit so Lobster. Bro. Da war so, also es war schon so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es war schon so Buffet zum Wegnehmen, aber die haben ja einfach im Grunde so Teller wie so Sterne-Food, so Design, weißt du? Ah, okay, du bist so durchgelaufen, hast du gesagt, ich will von dem, ich will von dem. Genau, und dann hat ja halt jemand so einen Teller, nee, die haben da immer so drei, vier Teller so ready gemacht und unter so einer Wärmelampe gehabt und dann konntest du dir quasi so ein Sterne-Food einfach Buffet-mäßig wegnehmen. Konntest du nehmen, so viel du willst? Ja. Und wir hatten auch Ferrari-Champagner, konnten wir so viel nehmen, wie wir wollen. Es war sogar nicht nur das, sondern wenn die, also du musst dir vorstellen, diese Ferrari-Flasche, das war so ein Champagner und ein Weißwein. Ja. Die kam immer in so einem Kühler. Ja. Und der Kühler hatte so Eiswürfel drin. Ja. Und wenn die Kellner vorbeigelaufen sind, zum Beispiel bei uns ist es der Fall gewesen, wir haben jetzt nicht so krank gesoffen, weil wir wussten, okay, wir müssen halt nochmal nach Hause fahren. Ja. Wenn die gesehen haben, der Kühler, dieses Eis ist geschmolzen und die Flaschen sind nicht aufgemacht, haben die einfach den kompletten Kühler mit den zuen Flaschen getauscht mit einem neuen Kühler und neuen Flaschen, damit wir neue kühle Flaschen haben, wenn wir dann was aufmachen wollen. Bro. Auf dem Level war das. Und dann, was mein persönlicher Favorite da war an Essen, Bro, es gab da Pizza, die sehr, sehr solid war, Mann, und das allerbeste, da waren so zwei österreichische ältere Damen und die haben so geilen OG-Kaiserschmarrn gemacht. Halt die Fresse, ey. Und das war der beste Kaiserschmarrn, den ich wahrscheinlich je gegessen habe. Ja, das Ding ist, ich hätte halt auch mitgehen können, wenn ich wollte, aber ich meinte so, boah, nee, ich fahre lieber einfach nach Hause, ich bin so müde und so und, ja, fahre halt nach Hause und stream dann. Aber was du mir jetzt alles erzählst und was du mir noch erzählt hast, dass du bei so einem Boxenstopp auch mit dabei sein durftest, das hat mein Formel-1-Herz. Ja, das war crazy. Wir haben so Hatsets bekommen, konnten mithören, was gesagt wurde und so. Aber ich will nicht zu viel spoilern. True. Alles noch im Vlog. Ich hoffe, wir haben da geile Shots mitgenommen, aber ich glaube, da wird auf jeden Fall ein geiles Bild raus. Ey, ich habe mir gesagt, nach diesem ganzen, nach L.A. und nach Splash, ich habe mir gesagt, bis zur Gamescom mache ich nichts mehr. Gamescom ist Ende nächsten Monat. Es ist nicht mehr lang, ne? Ja. Also Gamescom ist irgendwie 23. August oder so, was fängt die an? Ähm. Okay. Ey, ich habe mir gesagt, äh. Boah. Geht weiter. Was hier klappert, sind übrigens elf Bierflaschen. Die wir immer noch als Halterung für unsere Mikrofone haben. Seit Day One stehen die in diesem kleinen Tischchen hier und halten ihn fest. Ähm. Ja, ich habe mir gesagt, ey, bis zur Gamescom mache ich gar nichts mehr. Ich bin nur zu Hause. Oder halt, also auflesen mache ich, aber ich habe keinen Bock mehr auf Events jetzt gerade. Es reicht einfach, Digga. Und durch dieses ganze Eventding, ich konnte halt auch so wenig streamen. Und klar, bist du vielleicht mal einen Tag zwischendrin, mal zu Hause oder auch mal zwei Euro, aber das ist nicht das Gleiche. Du hast da nicht die Energy, dass du dann wirklich nochmal streamen kannst. Ja, gerade wenn du halt aus einem elf Stunden Bastardflug kommst, ist wirklich der größte beschissene Kackweg zurück aus Amerika, Digga. Ja, Amerika, es soll auch nicht abgehoben klingen oder so, aber gerade auch ein bisschen noch als on top befülltere Person, wie ich es bin. Bro, es macht keinen Spaß. Ich werde jetzt nie wieder Economy fliegen. Wirklich, vorher fliege ich es einfach nicht. Dann verzichte ich drauf. Dann gehe ich wirklich, dann gehe ich woanders in den Urlaub. Es ist auch nicht schlimm dann. So schlimm fand ich es auch nicht. Nee, ich mache das nicht mehr. Ich mache das, Bro. Ich muss sagen, und ich frage mich die ganze Zeit, warum. Ich bin ja schon mal nach Amerika geflogen und ungefähr dieselbe Länge. Und ich bin damals keinen Direktflug geflogen, sondern ich habe einen Drei-Stunden-Flug nach Reykjavik gemacht in Island und bin dann von da nach Chicago geflogen für so, Bro, keine Ahnung, ich glaube sieben Stunden oder so. Und das war irgendwie weitaus mehr Chill. Kein Plan. Also diese kleine Pause, dieses kleine mal kurz auf dem Flughafen scheißen gehen und was Neues zu trinken holen. Füße vertreten. Genau, war mega erleichternd irgendwie. Weil ich fand auch bei unserem Rückflug diese elf Stunden, diese letzten zwei Stunden, Bro, es hat mich einfach nur noch abgefuckt. Wirklich, es hat mich so krank genervt. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Die letzten zwei, drei sind die, die nerven. Und dann sind wir, muss man auch noch dazu sagen, sind wir ja in Frankfurt. Das haben wir auch noch nicht ganz so erzählt. Wir sind dann in Frankfurt gelandet, weil das der einzige Direktflug war. Wir konnten nicht aus Köln fliegen. Und dann mussten wir mit der Bahn zurück nach Köln. Jetzt aber der Twist. Wir kommen da an, ich glaube wir hatten sogar auch noch eine kleine Verspätung von einer Stunde oder so, weil unser Flieger später losgeflogen ist oder irgendwie sowas. Wir kommen da an, alle super K.O. Super genervt, jet lag, whatever. Gehen zu diesem Paketschalter. Dauert erstmal überlange. Kommt irgendwie nach zwei Stunden, no Joe seit nach zwei Stunden, kommt nichts. Ja. Dann gehen wir so. Also Gepäck, meinst du mit Paket? Genau, Gepäck, ja. Ich verwechsel mal Gepäck und Paket, das habe ich schon so oft gesagt. Ist gar nicht schlimm. Und dann sind Lena und ich auf jeden Fall zu dieser Station da gegangen und haben da gefragt, wie sieht es aus und so. Und dann meinten die so, ja wissen wir nicht. Ja. Und dann hat es gehittet, Bro. Und dann haben wir diese Wo-ist-App aufgemacht von fucking iPhone, wo wir so sehen konnten, wo unsere Apple AirTags sind. Und ich habe halt meinen Schlüssel mit Absicht in meinen Koffer gemacht, damit ich quasi sehen kann, weil da ist ein Apple AirTag dran, wo mein Koffer ist, falls er abhanden geht. Genau, falls sowas passiert. Lena hat dasselbe gemacht. Und wir gucken da drauf und ich dachte, es ist irgendwie ein Bug oder so. Steht da so, Autoschlüssel, also so heißt der AirTag, Autoschlüssel LAX. Ich dachte so, Dick, er ist nicht euer Ernst, Digga. Wir sind in Frankfurt, Koffer in LAX, Bro. Stimmt. Ja, und dann war es für mich, der kein AirTag dran hatte, war es ein Gamer, weil ich glaube, Mikes AirTag hat gezeigt Köln, äh, Frankfurt. Und dann dachte ich so, okay, mein ist jetzt ein 50-50 oder so. Kommt der an oder nicht? Wir hatten auch noch einen, also von Jojo hatten wir auch noch einen, der war auch in Frankfurt. Und dann waren wir so, hm, okay, ja. Und dann hat es auch noch übelst lange gedauert, bis eure, die ja sogar da waren, gekommen sind. Und dann sind wir irgendwann nach Hause, Bro. Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie eine Woche lang meinen Koffer nicht bekommen. Und Lena hat bis zum jetzigen Punkt ihren Koffer noch nicht, Bro. Ich wollte gerade fragen, ich habe gar nicht mitbekommen, wie es dann verlaufen ist. Also bei mir, bei mir war es so, der Koffer ist dann nach München, von München nach Frankfurt und von Frankfurt nach Köln und wurde dann von Köln hierher quasi gebracht. Ja. Weil ich dachte, hier ist immer jemand, das bricht hierher. Ja. Und Lenas Koffer, das ist so, ich, und das check, das, vielleicht kann es jemand in den Kommentaren erklären, das wäre wirklich geil, weil ich verstehe es nicht. Lenas Koffer ist denselben Weg gefahren, also, oder geflogen, quasi von LAX mit einem Flug später nach München. Ja. Von München nach Frankfurt. Ja. Von Frankfurt nach Köln. Ja. Jetzt denkt man ja, okay. Sie wohnt ja in Köln, ist ja super. Sie wohnt ja in Köln, jetzt bringen die das einfach da hin. Ja. Von Köln nach München. Jetzt ist der in München stuck, sei locker in der Woche. Mike war in München beim Flughafen, hat versucht, ob er den abholen kann für Lena. Ging nicht. Bro, what? Was ist der Sinn, das jetzt von Köln nochmal nach München zu fahren? Warum machen die das? Bro, also ich glaube, das ist gerade was, wo viele von euch wahrscheinlich auch Storys parat haben, wenn ihr irgendwie in diesen Sommerferien oder so einmal geflogen seid. Flughäfen gerade, völlig überfordert, Koffer stehen. Also in Hamburg habe ich so ein TikTok gesehen, da waren wirklich, da war es bei uns in Frankfurt noch, war es noch gut. Da waren wirklich einfach meilenweit Koffer einfach gestanden, wo man nicht wusste, zu wem gehören die, der ist vielleicht auch eine Bombe irgendwo auf Chili drin oder so. Du weißt ja nicht, was da abgeht. Und Leute finden die Scheiße nicht mehr. Der Flughafen kommt nicht hinterher. Also es ist eine völlige Katastrophe on top zu dieser Katastrophe, dass zu wenig Personal da ist für diese Sicherheitskontrollen. Also wenn du gerade losfliegen willst, irgendwo hin in den Urlaub oder auch zurück, dann sagen die, ja, ja, kommen sie bitte so vier, fünf Stunden vorher, weil locker auch mal eine Schlange zum Check-in oder so geht einmal über mehrere Terminals. Köln, richtig. Da muss ich aber ein Shoutout machen an den Kölner Flughafen. Nein, bitte mach keinen Shoutout an den. Und ich schäme mich dafür. Nein. Aber eine Sache muss ich über den Kölner Flughafen sein, die positiv ist. Nein, sag's nicht. Ich bin letztens von da aus geflogen. Sag nicht, dass da gut geregelt ist. Nee, 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 nee. Okay. Nee, 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 nee. Okay, wollte schon sagen. Gut geregelt, aber ich hab ein Upgrade genoticed am Flughafen. Und zwar gab's eine extra Lane. Ja. Es gibt jetzt anscheinend Geräte, wo man die technischen Geräte bei einem Handgepäck nicht mehr auspacken muss. Und das testen die gerade. Und da wurden wir, luckier-mäßig, also glücklicherweise konnten wir da rein. Und das ging übelst schnell, war übelst geil. Und Bro, weil ich hab noch locker vor einem Monat oder so erst gesagt, Digga, es muss noch eine Möglichkeit geben, dass man diese technischen Sachen drinlassen kann im Handgepäck und die trotzdem das scannen können. Und das haben die jetzt. Das testen die gerade, Bro. Aber wo bist du denn geflogen von Köln aus? Na, von Köln aus. Wohin? Möchte ich nicht sagen. Okay. Ist geheim. Okay. Gut. Aber also, ich dachte, du wächst mit Frankfurt oder so. Nee. Ja, aber ansonsten möchte ich, also das ist okay, aber ansonsten möchte ich keinen einzigen Shoutout an den Kölner Flughafen geben. Das ist wirklich die größte Mistflughafengeschichte, die ich wirklich jemals erlebt habe, Bro. Aber vom Rein- und Rauslassen der Leute. Hässlich. Es ist super weit weg. Ich möchte kurz überbrechen, es gibt noch einen Flughafen in der Geschichte der Flughäfen, die den Kölner Flughafen unterbietet. Ja, da kannst du jetzt einen geben. Tegel. Tegel, Digga. Wie auch immer Tegel-CEO ist, Bro, du musst dich wirklich nicht wundern, dass der einfach fickt am Flughafen zugemacht hat. Der war so scheiße. Bro. Man hat einfach immer halbe Depressionen bekommen, wenn man da vor Ort war. Tegel sah wirklich aus, als hätten die so eine alte Grundschulsporthalle umgebaut zu einem Flughafen. Ja, voll. Oder als würdest du das so laufen zu Terminal C, das war immer das Schlimmste, wenn ich in Tegel geflogen bin und ich bin, glaube, vier, fünf Mal nach Tegel und hin und zurück. Das Schlimmste war, wenn ich Tegel war und es hieß irgendwie Terminal C, weil da musstest du wirklich... Und wenn du noch Zeitdruck hattest, du musstest wirklich einmal um komplett den Flughafen laufen. Es gab keine Aufzüge, nichts. Treppenhäuser hoch musstest du mit dem Koffer, Treppenhäuser wieder runter. Du dachtest, jetzt bietet mir gleich links und rechts einer irgendwie Gewürze an auf so einem Bazar, Digga. Es war einfach nur ein Haufen Scheiße, Junge. Vor allen Dingen, ja, Tegel ist so... Aber leider ist der Neue jetzt auch nicht viel besser. Der ist übel weit außerhalb und... Ich liebe Berlin, aber diese Flughafensituation ist so Quatsch, Mann, Alter. Dann da so 45 Minuten irgendwie dann zum Flug... I don't know, Mann. Ich würde manchmal voll gerne so einfach eine Stadt neu planen. Weißt du, dass irgendwie so ein Land sagt... Bro, da habe ich letztens ein Gespräch gehabt mit irgendwem. Guck mal. Mit Elon Musk, der Brandenburg kaufen will. Ich war letztens mit Elon Musk im Fischrestaurant im Silicon Valley. Ja? Glaubst du, dass er verrückt ist? Guck mal, ob ich... Ja? Ja, ja, genau. Nee, ähm... Aber ich habe da letztens mit irgendjemand drüber gesprochen. Okay, schau, pass auf Folgendes. Städte sind ja in der Entwicklung anders entstanden. Also zum Beispiel eine europäische Stadt ist ja relativ natürlich entstanden, weil die sehr viel älter sind. Da hat man einfach gesagt, ja, okay, hier sieht es cool aus, hier bauen wir jetzt Häuser hin. Und dann haben andere gesagt, jo, hier sieht es cool aus, hier bauen wir auch noch Häuser hin. Und so weiter und so weiter. Und dann hat sich so... Sehr simplifizierte Darstellung. Und dann hat sich so ein Ballungsgebiet gebildet. Und in den USA ist man ja viel später hingegangen, also in irgendwie, was war das, tausend irgendwas? Boah. Äh, was denn? Tausend vor Christus oder so? Wann hat man Amerika entdeckt, bro? Keine Ahnung, man. I don't fucking know. Tausend vor Christus, glaubst du? Nach. Ach so. Also ich habe erst nachgesagt, da hast du weird reagiert, dann habe ich vorversucht. Aber ich dachte eigentlich, dass es so 1500 oder so war. Glaubst du, dass die in Amerika ein Mittelalter erlebt haben? Ja. Also, nee, so, ich weiß nicht, wann war das Mittelalter? So 1400, 1500? Was meinst du mit 1400, bro? Na, im Jahre. Wir sind ja jetzt in 2000, also meinst du, 1411 war Ding. Wann haben die Amerika entdeckt? Später, 1700er. 1700, da erst? Ja, Kolumbus. Okay, ich dachte, also mein erster Take, meine Intuition hat gesagt 1500. Bro, also von mir aus lass es 1689 gewesen sein, aber jetzt so, also nicht jetzt 1100. Ja, okay, aber ich war jetzt auch nicht komplett da nicht. Aber die haben halt kein Mittelalter erlebt, deswegen siehst du auch keine Burgen und shit. Die kamen ja viel später da hin. True, true. Ja, aber was ich im Grunde sagen wollte, da ist man ja viel später und könnte man sich jetzt drüber streiten, aber viel smarter an die Planung der Städte. Die sind ja so Schachbrett-mustermäßig gebaut, weil man ja mit einem anderen, man wusste ja, wie sieht eine Stadt aus und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine neue Stadt zu planen. Könnte man denken, aber dieses Schachbrett ist eigentlich failing. Es ist eigentlich ein failing attempt of building a city. Genau, es ist nicht das perfekte Ding. Es ist das einfachere Ding. Genau, aber da kommt jetzt mein Ding ins Spiel. Wie würde man in 2022, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen neuen Planeten besiedeln würde vielleicht und man müsste da eine Stadt gründen, wie wäre das perfekte Layout für eine Stadt? Wie würde das aussehen? Boah, das ist eine eigene Podcast-Folge. Weil ich würde auch so Quartiere ein bisschen sortieren. Zum Beispiel in diesem Quartier ist so Industrie, aber die brauchen viele Rohstoffe von der anderen, dann mache ich die direkt daneben und so. Weißt du, man muss so ein bisschen schlau sein. Da kommt der City-Skyline-Spieler. Bro, ja, ich glaube, am Ende des Tages einfach, wenn hier draußen irgendwie mal ein Startchef zuschaut, der irgendwie eine neue Stadt bauen will, checkt mal Henke auf Twitch aus, da mal ein paar VODs reinschauen, einfach nachbauen. Real Talk. Ich glaube, in meinem Kopf ist das perfekte, also das ist jetzt nur so, was mein erstes Gefühl war, was das perfekte oder was nicht das perfekte, aber was ein sehr gutes Städte-Setup wäre. Ich glaube, so ein Achteck, weißt du, so ein gleichmäßiges Achteck und in jede Ecke führt eine Straße aus der Mitte hin und dann zwischen den großen Straßen, das sind auch sehr breite Straßen, vielleicht mit so vier Spuren auf jeder Seite, also vier Spuren raus, vier Spuren rein und dann gehen nochmal da so Sachen, wie so ein Spinnennetz. Ich check, ich check, was du sagst, aber diese Dinger nach außen sind halt dick. Es gibt auch Leute in den Cities Skylines, die genau das probiert haben oder Maps, die genauso sind, also so perfect layoutmäßig und ich glaube, das funktioniert auch ganz okay, aber du hast halt, und das würde mich zu doll nerven oder mich nicht satisfien, du hast halt an jeder Kreuzung immer dieses, dass du nie einen rechten Winkel hast. Das heißt, alle Häuser haben immer so eine schräge Seite und so eine Scheiße. Alter, das ist ja smart, du musst ja noch an so rechte Winkel denken, weil du ja... Naja, ich meine, du kannst auch ein schräges Haus machen. Oder was man auch machen könnte, ist, wenn man jetzt so eine schräge Ecke hat, also die ist quasi, jetzt für alle, die zuschauen, quasi das wäre 90 Grad, aber die ist ja so, weil die führt ja so nach außen quasi. Also für die Leute, die nicht die Videofolge gucken, ein bisschen spitzerer Winkel. Genau, ein Winkel ein bisschen spitzer, weil es ist ja quasi so ein dreieckmäßiges, so wie so ein Kuchenstück und dass man ein Haus trotzdem gerade hier reinbaut und diesen steif macht man so grün oder Park oder Baum. Ja, okay, also diese Ecke, die man verliert, dass man die dann so... Irgendwie nutzt, Bushaltestelle. Ja. Ja, aber es ist weird. Ich glaube, das ist, also eine Stadt zu planen, ist richtig krass. Ich würde diesen Job richtig gerne mal reinziehen. Ich auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich glaube, da arbeiten... Ich meine, Stadtplaner sind ja nicht nur für neue Städte, sondern die arbeiten ja auch überall, um zu sagen, hey, wir brauchen in Köln eine neue Straßenbahn. Klar, nochmal. Und dann planen die auch das, das muss ja auch übel interessant sein. Genau, sowas wie eine Bahn, sowas wie Flughafen, was wir angesprochen haben, ist ja unfassbar wichtig. Infrastruktur. Also die Infrastruktur insgesamt, genau. Aber so Sachen, das muss man ja alles mit... Abwasser. Frischwasser. Bro, das ist so kompliziert. Und mich würde einfach interessieren, wie ist das in 2022 perfektes Stadtlayout? Ich habe danach gesucht und ich habe nur verfickte City-Skyline-Videos gefunden. Das hat mich so genervt. Wollen wir einmal... Wir haben schon gesagt, dass wir alle einladen hier. Aber ich würde mal gerne so einen Stadtplaner einladen und ihm genau diese Frage stellen. Ja, das juckt doch keinen. Juckt das, wenn wir den einladen? Uns beide juckt es auf jeden Fall. Oder ich lade ihn halt mal so privat einfach ein zu mir nach Hause. Aber ihr redet auch nicht darüber, ihr habt einfach ein Candlelight-Dinner oder so. Ja, oder wir machen das so. Aber keine Ahnung, ich bin einfach irgendwie ein neugieriger Töp. Und ich habe das Gefühl, ich habe früher mehr Sachen auch so nachgeschaut oder so. Früher habe ich auch manchmal einfach auf Wikipedia Sachen nachgeschaut, weil die mich so interessiert haben oder so. Übelst geil. Und inzwischen, ich merke so, dass man halt so voll oft in seinem Alltags Stress ist oder so und irgendwie so Sachen einfach nicht mehr so richtig macht und es nervt mich irgendwie. Ja, voll. Aber was ich in letzter Zeit gemerkt habe und da hat Miguel mir ein Kompliment für gemacht bei Römer, das habe ich mir richtig eingeprägt. Das war, glaube ich, eines der coolsten Komplimente, die ich vielleicht je bekommen habe. Miguel meinte, dass er es übelst cool findet, dass ich manchmal so random Fragen stelle. Sowas wie dieses Stadtzentrum-Ding. Ich denke manchmal über so crazy dummen Scheiß nach der gar keinen, wo ich weiß, darauf gibt es vielleicht gar keine Lösung. Man kann jetzt den anderen nicht fragen, weißt du, ich kann dich jetzt nicht fragen, wie sieht das perfekte Stadtlayout aus. Achter Kick. Achter Kick. Achter Kick. Nee, aber du weißt, was ich meine. Da gibt es jetzt nicht so eine eindeutige Lösung für. Häuser mit den rechten Ecken. Da müssen wir an die Ränder wahrscheinlich einen Spielplatz bauen. Das ist immer geil, weil ich spiele mit so Fragen am liebsten dich an, weil du nimmst diese Fragen dann auch sehr, sehr ernst und versuchst dann auch wirklich, wir sitzen einfach und für so zehn Minuten arbeiten wir in diesem Job, als müssten wir dieses Problem wirklich lösen. Das ist so geil. Während wir hier gerade weiterreden, ohne Scheiß, ist ein Paar in meinem Kopf, der noch weiter über diese Stadt gerade nachdenkt. So geil, das ist das Beste hier. Das ist das Beste. Da kommen wir auch zu einem anderen Ding. Okay. Oh, nee, nee, nee. Wir wollten beide parallel gerade was anderes machen. Wir kommen zu was Geilem. Wir müssen kurz, meinen wir das Gleiche? Was sehr, ja. Ja, okay. Freunde, es ist soweit. Ich bin sehr aufgeregt, im positiven und auch im negativen Sinne. Ich weiß gerade nicht. Aber vor allen Dingen eher im positiven Sinne. Okay. Dominik und ich werden live auftreten. Ja, ja, doch. Mit dem Edeltalk. Abo, Digga, Edeltalk live, oder was? Kopfflick, Bruder. Und Freunde, es sind noch ungefähr 200 Tickets verfügbar. Falls ihr gerade auf Spotify, iTunes oder Deezer hört, dann schaut mal in die Shownotes. Da ist ein Link verlinkt. Ansonsten könnt ihr einfach in die YouTube-Beschreibung gehen oder ihr geht auf Google, gebt einfach ein 1Live-Edeltalk oder 1Live-Podcast-Festival-Edeltalk und dann kommt ihr easy zu den Tickets. Richtig. Das ist am 06.09.20 Uhr im Gloria hier in Köln. Und es macht mich richtig stolz, dass wir da gerade spielen. Das ist aber auch Druck, weil Gloria ist so eine richtige Institution hier. Hat man schon voll oft gehört, wenn so andere Bands oder so andere Comedians, Podcasts, so Gloria, denkst du, boah, krass, Gloria. Und jetzt sind wir da einfach selber. Digga, das wird so weird. Stell dir vor, dann sitzen da so Zuschauer und, boah, I don't know. Aber ich freue mich sehr darauf, Freunde. Ja, wir machen mit jedem von euch Picks. Wir nehmen uns danach und davor, nein, davor, glaube ich, nicht schwierig. Davor macht keinen Sinn. Aber danach nehmen wir uns auf jeden Fall Zeit für jeden von euch. Wir können auch Sprachnotizen für eure Schulgruppe 6B aufnehmen und alle als Huch und Söhne beleidigen. Ist gar kein Problem. Wir machen alles, was ihr wollt. Ich glaube, wir gehen danach einfach auch noch saufen mit allen. Wir sagen so, lass in die Bar und alle, die Bock haben, gehen einfach mit. Boah, das ist ja so funny, Mann. Safe. Holy shit. Safe. Das ist für uns auch extrem. Also so, wir haben ja schon viel, wir sind ja mit vielen Wassern schon gewaschen. Aber sowas ist für uns beide wirklich auch echt noch was Übel Neues so. Und da werden wir uns auch ein paar Sachen einfallen lassen. Genau. Wir haben auch schon gesehen, es haben super viele Leute schon sich ein Ticket gekoppt und uns auch verlinkt auf Insta. Übelst geil. Ich habe fast auf alle, die mir angezeigt wurden, manchmal packt Insta da ein bisschen rum, aber fast alle, die mir angezeigt wurden, habe ich immer wenigstens eine Nachricht geshootet. Übelst geil, Freunde. Ich freue mich, oder wir freuen uns, euch zu sehen. Es wird sehr, 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 sehr cool. Ganze Family ist auch eingeladen. Also wenn ihr da seid, bitte lacht über unsere Gags und es wird unfassbar peinlich. Das ist wirklich, wir würden auch, sage ich mal, das Bild machen am Ende, machen wir abhängig, wie das Publikum performt. Also wenn ihr jetzt ja nicht klatscht und nicht lacht und so, dann sind wir schneller weg, als ihr gucken könnt. Ja. Dementsprechend abgehen. Das stimmt, dann werden wir es länger. Oder ruhig auch ein bisschen ein Ansaufen vorher. Ist nicht schlimm. Boah, ja. Sauft euch einen an, so dann willst du da drin wild. Boah, kommt mal besoffen dahin. Und dann kommen wir auch besoffen auf die Bühne. Ja, müssen wir. Kevin, wir werden uns ein kleines Pikholöchen davor reinstellen, sonst zittern wir zu dollen. Boah, so krass. Ja, ich freue mich sehr darauf, Freunde. 1Live Podcast Festival, Edeltalk eingeben, Ticket coppen, hinkommen, Spaß haben, enjoyen. Wird geil. Eine andere Sache, die ich erzählen wollte. Ich habe mich gestern mal selber, mir selber mal eine Frage gestellt. Ich habe mir gestern die Frage gestellt, habe ich oder habe ich nicht Autismus. Ja, gut. Ist es aber, jetzt sag mal ganz ehrlich, war das eine Gag-Frage oder warst du dir wirklich nicht sicher? Also. Weil Autismus ist schon auch eine ernste Krankheit so. Das sollte man jetzt auch nicht so als Gag hier irgendwie. Nee, 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 so ist es nicht gemeint. Nee, es ist nur, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, also Autismus kommt ja auch nicht nur in einer Form, das ist ja genauso wie ADHS oder so. Also ich weiß nicht, ob es bei ADHS auch so ist, aber bei Autismus, soweit ich informiert bin, kommt es ja auch in sehr viel verschiedenen Art und Weisen. Also es gibt ja super viele Arten von Autismus und auch, glaube ich, eine Ausgeprägtheit, wie stark und so. Ich sage mal, Gag wäre jetzt falsch, aber ich habe manchmal halt so super weirde Denkweisen. Ich habe euch schon, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, kurz davon erzählt, dass ich gestern diesen Test gemacht habe. und ich habe halt dann, weil, wie wir darauf gekommen sind, ich denke halt manchmal so weird, weil ich liege halt im Bett und dann stelle ich mir halt, ich mache die Augen zu und ich kann es nicht steuern. Ich stelle mir dann automatisch ein Sudoku-Feld, also so ein Spielfeld oder wie auch immer man es nennt vor, dann mein Gehirn spawnen random Zahlen da rein und dann versuche ich halt, das zu lösen. Ich finde das so verrückt, man. Und das ist kein Scheiß, also ich meine das wirklich ernst und das ist auch nicht irgendwie, dass ich das mache aus Joke oder so. Aber enjoyst du das in dem Moment? Nee, ich finde es anstrengend, ich versuche es jedes Mal zu killen. Wirklich? Ja. Das heißt, irgendwie wirst du gezwungen dazu? I guess. Und ich mache das dann und dann denke ich so, boah, das ist übelst stupid gerade. Und dann versuche ich das zu killen und mache es dann nicht mehr, aber dann kommt es irgendwann wieder und so. Und es sind immer so Logik-Aufgaben. Bro, also. Boah, Alter, mir kam gerade ein Geistesblitz. Ich habe vielleicht eine Erklärung dafür. Aber okay, also ich gucke es gerade ein bisschen entsetzt auch Miguel hier an. Weil vorher hast du uns das halt erzählt mit dem Sudoku auch und so und dann dachte ich, okay, das ist halt irgendwie so ein Ding. Aber dass es so zwanghaft ist, dass du das nicht abstellen kannst. Also ich mache es nicht mit Absicht, ich will dann an was anderes denken, aber du weißt ja, wie es ist, wenn man an was anderes denken will, dann klappt das nicht. Bro, das finde ich krass. Und dann tust du weiter, versuchen das irgendwie zu lösen. Ja, genau. Aber die Zahlen, die du eingibst, machen keinen Sinn. Je länger ich darüber nachdenke, desto oft, ich habe euch schon mehrmals die Zahl 6 gesagt. Das ist immer irgendwie so eine Zahl 6 oder so oder 8. Und dann immer so, das sind ja immer so neun Felder bei Sudoku. Weißt du, was ich meine? Und ich versuche dann immer an dem oberen mittleren oder an dem oberen linken so häufig, versuche ich dann so das zu lösen. Und dann ist immer so der Ablauf, dass ich mir so vorstelle, ja okay, dann ist jetzt hier unten ist jetzt eine 6. Dann wenn ich das jetzt hier hochziehe, dann kann hier keine 6 sein. Dann ist hier eine 6, dann kann hier die 6 nicht sein. Ja, okay, dann muss die 6 hier sein. Aber es ist, dann merke ich so, oh fuck, hier unten ist auch eine 6 und dann merke ich so, das ist so ein Sudoku, was man nicht lösen kann. Bro. Und dasselbe hatte ich, also man muss dazu sagen, als kleinen Kontext, warum Sudoku, ich spiele sehr viel Sudoku gerade. Also ich spiele wirklich jeden Tag Minimum zwei Sudokus gerade, weil ich immer so, ich habe eine Handysucht einfach, ist so und ich versuche es halt so ein bisschen. Was denn? Ich habe eine Handysucht einfach, ist so. Okay, sorry. Ja, ist halt so, ey. Ja, okay, keiner hat mich abgegriffen. Und ich habe halt eine Handysucht und ich denke mir halt so, bevor ich jetzt halt irgendwie auf Twitter oder auf so YouTube Analytics oder so rumscroll und mir irgendwie dann noch am Abend vorm Schlafengehen diese Bullshit-Scheiße da in meinen Kopf jag, mache ich irgendwas logischmäßiges, was mich auch satisfiert. Sowas wie Sudoku. Ich komme gerade nicht drüber hinweg, Bro, dass du irgendeine Zwangsstörung hast. Mann, habe ich nicht. Habe ich dir schon öfter gesagt, dass ich vermute, dass du eine Zwangsstörung hast. Nein, Bro, ich habe keine Zwangsstörung. Bro, hallo. Hast du dir mal zugehört gerade? Shut up, das ist normal. Safe werden Leute in die Kommentare schreiben, ey, Bro, das fällt mir auch so. Ich habe es nicht, Miguel hat es nicht. Ja, aber ich spiele auch nie Sudoku, vielleicht liegt es daran. Bro, als du Schach gespielt hast, hast du auch das mit Schach gehabt? Genau, das wollte ich gerade sagen. Also früher habe ich halt anstatt Sudoku, dasselbe Logik, anstatt Twitter und Insta und so, habe ich Schach gespielt auf dem Handy und da habe ich mir dann immer halt so Schachfelder vorgestellt. Also jeder, der schon mal Schach gespielt hat, der hat vielleicht auch schon mal diese Schach-Rätsel gemacht. Da wird man einfach quasi in so ein random Rätsel reingemufft und es gibt nur einen perfekten Zug, den man machen kann. Und solche Rätsel stelle ich mir einfach random in meinem Kopf vor und denke dann so, okay, was wäre jetzt die perfekte Lösung dafür? Und es gibt nie eine Lösung. Es funktioniert nicht. Ja, weil dein Kopf kann sich ja gar nicht so gut was ausdenken. Ja, aber und was hast du dir vorgestellt, bevor du Schach und Sudoku hattest? Was war es da? Ich hatte nur einmal vorher, aber da muss ich auch sagen, das war auch Fieber, ich denke mal, das kann man jetzt nicht zählen, hatte ich einen tausend mal tausend mal tausend Zauberwürfel. Ja, das. Und sonst hattest du nichts? Nee, ich glaube nicht. Ich habe aber gerade, während wir darüber gesprochen haben, hatte ich einen Gedankenblitz. Und zwar hatte ich mal eine sehr, sehr stressige Phase in meinem Leben und ich habe so ein paar Habits entwickelt, die so der Stress Reduction geholfen haben. Coping. Und da gibt es zwei Sachen. Einmal, und es wird jetzt übelst dumm, ich habe einmal, immer wenn ich sehr viel Stress hatte, habe ich Zähne geputzt. Aber hat es geholfen? Ja, ich finde Zähneputzen super satisfying einfach. Okay, check. Zähneputzen beruhigt mich einfach. Mit elektrischer Zahnbürste oder mit normaler? Check ich. Ich überlege gerade, ob ich auf elektrischer Switcher was mache. Nee, aber ich check. Ich putze immer mit elektrisch, solltet ihr alle machen. Aber wenn ich jetzt überlege, was mich more satisfied, auf jeden Fall mit Handsame. Ich weiß nicht, ich finde einfach, die Zähne fühlen sich danach obvious halt geil an. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, ich habe irgendwie in meinem Leben gemerkt, dass Dinge mich am meisten entspannen, wenn ich meine Hände in Benutzung habe. Also so, sowas wie Kochen. Ich kann nicht neben meinem Handy sein. Weißt du, was ich meine? Das funktioniert nicht. Ich kann nicht mit der einen Hand irgendwie eine Tomate schneiden und mit der anderen check ich Twitter. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, wo ich irgendwie meine Hände mit in den News habe, dann entspann mich am meisten. Ja. Irgendwie glaube ich. Ich möchte kurz was fragen. Ernst. Ja. Wir sind ja beide in Therapie gerade. Ja. Oder in der, also halt, wir reden halt am besten mit der Psychologin. Ja. Hast du das schon mal angesprochen? Nein, Bro. Ich glaube, das hört sich auch für euch viel krasser an. Nee, ich möchte ja wirklich, dass du das, ich möchte es wirklich. Mann, Digga. Ich möchte dich als Freund bitten, dass du es einfach nur mal anstreitest. Okay, mach ich. Wenn es nicht schlimm ist, würdest du dir ja sagen. Ja, ja, mach ich. Aber es klingt. Was davon, was davon. Einfach mal das. Alles. Spiel aber mal kurz die letzten zehn Minuten vor. Also, schönen guten Tag. Ich hätte da mal so eine Szene aus unserem Podcast. Die würde ich kurz mal abspielen. Einfach mal kurz das, weil ich weiß nicht, Bro. Ich glaube, dann doppelt sich so die Rate per Hour, die ich zahlen muss, aufs Doppelte. Ja, maybe, aber es ist auch gut. Bro, ich weiß nicht, Mann. Vielleicht hast du dich echt in so ein paar Sachen rein manövriert hier. Ja, aber die zweite Sache, und da sind wir schon sehr nah an diesem Sudoku-Ding. Ja. Immer wenn ich sehr viel, oh Gott, das ist so weird, aber immer wenn ich sehr viel Stress hatte und ich einfach meinen Kopf, also mein Kopf war wirklich mit krass viel Stress belagert. Und es war so, ich habe so ein Escape gesucht dafür, um so ein Ventil quasi in meinem Leben. Das war so auch so zu dieser Burnout-mäßigen Phase von meinem Leben, wo ich halt so voll am Arsch war. Ungefähr wann, wann war das? Vor ein, zwei Jahren oder so? Ja, zwei, drei Jahre vielleicht. Vor ein, zwei Jahren, ja, so. Okay. Doch, ja, vor ein, zwei, drei. Ja, doch. Ein, zwei Jahre. Okay. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann, aber da habe ich irgendwann so ein Habit entwickelt, dass ich einfach angefangen habe, so kennst, okay, warte, wie beschreibe ich das? Kennst du Dr. Kawashimas Gehirnjogging? Ich habe das immer mal, ich habe das nie selber gespielt oder so. Okay, aber im Grunde für alle Leute, die das nicht kennen, das war ein Game auf Nintendo DS, wo man quasi, das war das einzige Game, was das geused hat, so eine geile Mechanik. Man hat den DS wie so ein Buch auf die Seite gedreht und dann quasi auf der linken Seite einen Bildschirm hatte und auf der rechten hatte man einen Touchscreen. Alle anderen Spiele haben es so gemacht, dass der Bildschirm oben war und Touchscreen unten. Ja, immer. Und das fand ich so geil, das hätten viel mehr Games usen sollen, in my opinion. Aber auf jeden Fall war das halt dann so und links kamen dann immer so Gleichungen und du musstest die dann so ganz schnell, musst du die Lösung reinschreiben. Also da stand da so sechs mal drei, 18, weißt du so? Ja. Und das musstest du so auf schnell machen und das war so, so Speedrun-mäßig haben da Leute drin gemacht, weißt du, es war wirklich auf Schnelligkeit und dann konnte man so eine Punktzahl erreichen. Und basically das nur in meinem Kopf, also so, ich gebe mir einfach so Aufgaben und dann habe ich die einfach gelöst. Einfach damit ich nur über diese mathematischen Aufgaben denke, weil ich dachte mir halt so, also es war eine bewusste Entscheidung, das so zu machen, weil ich dachte, wenn ich an diese mathematischen Sachen denke, dann konzentriere ich mich voll da drauf und blende in dem Moment alles andere aus. Voll krass. Das ist mir gerade aufgefallen. Den ganzen Stress ausblenden quasi. Naja, ja. Oder halt alles, was du halt hast. Dass ich halt einfach nicht drüber nachdenke. Das war wie so ein Painkiller für so 10 Minutes einfach. Hast du da reingeflüchtet? I guess, ja. Voll weird. Also sprich das bitte wirklich mal an. Ja, mach ich. Crazy stuff, man. Ja, I don't know. Ich meine, wahrscheinlich haben wir alle irgendwie sowas in der Art. Jeder experienced ja auch Stress und jeder geht damit irgendwie anders um. nur das bei dir klingt irgendwie so richtig speziell, aber das passt auch irgendwie so ein bisschen zu dir, dass du der Guy aus der Gruppe bist, der dann wieder so von der Norm abweicht und irgendeine ganz komische Coping-Mechanism gefunden hat. Ja, aber keine Ahnung. Also ich komme auf diese ganze Thematik halt, weil bei diesem Autismus-Test, den ich gemacht habe, weiß man natürlich jetzt auch nicht, wie aussagekräftig der ist, obwohl die eine Statistik gezeigt haben, wo die Leute, die halt diagnostiziert vom Arzt Autismus haben, gezeigt haben, wie die so die Punktzahl verteilt ist und es war schon sehr eindeutig. Also es war quasi so, man hatte von, ich glaube, 1 bis 60 oder so gab es Punkte und ab 30 war man halt dann sehr wahrscheinlich. Gefährdet oder so. Ja, oder war man halt dann so mäßig Autist so. Ja. Und da war dann so eine Kurve quasi, Leute, die nicht Autismus haben, war dann so bis, also, wie beschreibe ich das jetzt für die Leute, die gerade nicht Video gucken, im Grunde war eine Kurve nach oben, dann bei 30 wurde es abrupt runter und bei den anderen ging es halt abrupt hoch so und es war halt, die haben das an übel vielen Leuten getestet. Deswegen glaube ich, das war schon sehr aussagekräftig. Okay. Und da kam dann halt die Frage, fasziniert, sind sie fasziniert von Zahlen? Und es war für mich ein eindeutiges Ja. So geil. Aber ey, ich schick das nicht. Ja, dann erzähl noch ganz kurz, einmal das Thema vielleicht abzurunden, erzähl noch mal ganz kurz, was uns vorher erzählt hast, inwiefern dir eine Faszination sich äußert. Ja. Und dann schreib bitte in die Kommentare und schreib bitte ehrlich, macht jetzt den armen Kevin nicht fertig, der hat eine harte Zeit gerade. Es würde mich zu allen Sachen interessieren, ob ihr das halt auch... Ja, ob das jemand kennt oder sowas und wie der behandelt wird, der das dann kennt. Shut up. Erzähl mal. Also, das hat nichts mit der Faszination von Zahlen zu tun, würde ich sagen. Aber was mir auch aufgefallen ist, weil es kam dann noch eine Frage, erkennen sie oft Muster in Dingen? War eine Frage. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe halt dir gesagt, ja. So, ich finde, ich erkenne oft Muster in Dingen. So, also, was ich zum Beispiel mache, das fällt mir jetzt gerade noch ein, oft sitze ich so da und mache so ein Auge zu und... Wenn jetzt zum Beispiel eine Sache ist sehr nah, zum Beispiel meine Hand als Beispiel jetzt, ja. Ich halte mal meine Hand so vor meinem Gesicht und jetzt ist da so eine Sache, die ist da so da hinten irgendwie, so zum Beispiel diese Matratze, die da hinter der Kamera ist. Dann leine ich so voll ab, voll oft so meine Hand mit den Sachen, die da hinten sind, ab oder so. und versuche so, dass Dinge so abgeleint sind. Checkst du? Checkst du das? Machst du das auch mal? Ich habe das manchmal gemacht, aber es war jetzt nie so, dass wenn ich es nicht mache, dass es mich nicht, dass es mich dann stört oder so. Oh nein, 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 das auch nicht, das auch nicht. Aber ja, klar, manchmal, I guess, klar. Also sowas, dass man so Dinge ableint oder so, genau. Ja, oder so als Kind haben wir immer so die Sonne immer so perfekt in seinen, zwischen Zeigefinger und Daumen so versucht einzukreisen. Ja, das check ich schon. Okay, dann ist das für mich normal. Das ist noch all good. Aber ich glaube, das andere ist auch, to be honest, sehr normal, aber das habe ich gestern halt auch im Stream gesagt. Ich habe oft, in letzter Zeit auch vor allen Dingen, aber allgemein auch oft so Momente, wo ich zum Beispiel Auto fahre und ich habe halt in meinem Auto Weird Flex, ich habe halt ein Head-Up-Display, das heißt, da sind auch nochmal so ein paar Zahlen, die ich immer so im Blickfeld habe. Dann habe ich rechts so einen Bildschirm, wo halt ein Navi ist und dann habe ich halt meistens noch unten mein Handy noch so eingeklemmt, weil ich manchmal, weil mein Navi im eingebauten, mein eingebautes Navi ist übertrieben ass, deswegen habe ich manchmal noch mein Handy unten und habe da ein Navi. Und das Navi oben ist dann trotzdem aber an oder das Radio oder irgendwas, ne? Auf jeden Fall sind halt dann da so basically drei Bildschirme. Ja. Und ich fahre dann so Auto, ist mir letztens auch gefallen, ich fahre so Auto, ich gucke so und denke mir so, boah, da sind echt viele Vieren, Mann. Oder Fünfen oder so oder Sechsen, keine Ahnung. Ich hatte so, ich glaube, es waren Vieren, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, boah, es sind echt viele Vieren, Mann. Ja. Ich frage mich, wie viele Vieren kann ich jetzt finden? Und dann habe ich halt alle Vieren gefunden, alle Vieren gezählt, die ich da gefunden habe und dann waren es irgendwie so zwölf Vieren oder so. Aber ich glaube, das ist dann wiederum ADHS von dir, dass dein Gehirn einfach nicht die Fresse halten kann. Weil, also keine Ahnung, ich schwöre bei Gott, ich habe schon viele Sachen erlebt. Ja, wirklich. Aber ich bin noch nie irgendwo gesessen und habe gesagt, heiligescheißen, viele Vieren. Okay, Frage, Frage. Noch nie. Frage, ist es, würdest du sagen, du empfindest es als normal, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man würde sehr oft aufs Handy gucken, wenn es 16.20 Uhr ist, wenn es 4.20 Uhr ist, wenn es 13.37 Uhr ist. Ich muss dir sagen, ich habe eine Sache bei Uhrzeit. Ja. Also dieses aufs Handy gucken und man hat so diese Special-Uhrzeiten. Ich glaube, das ist halt selektive Wahrnehmung, das hat man relativ schnell erklärt dann auch. Aber was ich ziemlich oft habe, ist, dass ich so irgendwo sitze oder liege und mir denke, boah, ich wette, es ist jetzt gerade 15.41 Uhr und dann schaue ich aufs Handy und es ist 15.41 Uhr. Ja, Mann. Also als hätte ich so ein extrem gutes Zeitgefühl. Aber das funktioniert meistens nur so, dass ich, sage ich mal, aufs Handy geschaut habe und dann so, und dann habe ich es vom Gefühl her, es ist gerade eine halbe Stunde später. Also ich könnte es jetzt gerade nicht machen, weil ich echt schon nicht weiß, wann haben wir überhaupt angefangen zu labern und so. Alter, ich könnte gerade nicht sagen, ob es 13.00 Uhr oder 18.00 Uhr ist, Mann. Okay, lass kurz testen. Ich würde sagen, ich sehe hier auch gerade nichts. Ich würde sagen, von meinem Gefühl her ist es gerade 15.17 Uhr. Ich sage, es ist 16.20 Uhr. Boah, es ist 16.35 Uhr. Boah, okay. Als ob es aber schon so spät ist. Fuck my life. Ich muss noch streamen heute. Aber das habe ich halt auf jeden Fall oft, dass ich das Gefühl habe, ich würde sehr, sehr häufig bei so Special-Uhrzeiten gucken. Und da war auch noch, sind sie von Nummernschildern oder Kennzeichen irgendwie, ich weiß nicht, ob faszinierter stand, aber so, sind sie von, so sprechen sie Kennzeichen an oder so. Das habe ich aber auch. Und ich dachte mir so, Bro, übelst häufig, also so, ich achte voll viel auf Kennzeichen und ich achte zum Beispiel in Köln, achte ich oft darauf, ob jemand als Kennzeichen K für Köln und dann MN hat für KMN-Gang, hat aber niemand, man sieht nur immer KNM, übelst Potential verschenkt in meiner Opinion, dumm. Wir haben dieses einfach falsch buchstabiert, dem Zulassungsamt oder sowas. Ja, oder so voll oft lese ich in meinem Kopf auch so Kennzeichen durch, also so, da steht dann so K-Oms oder so und dann lese ich das halt so vor, weißt du, so in meinem Kopf. Ja, und ich mache dann, also bei Nummernschildern 100%, da bin ich voll Autist anscheinend. Okay, okay, okay. Also, wenn ich Auto fahre, auch auf der Autobahn, ich schaue auf jedes Nummernschild. Ich schaue die ganze Zeit nur die Nummernschilder an, natürlich schaue ich auch auf die Straße und so, aber wenn man irgendwie gerade einfach fährt und casual dich überholt einer, ich schaue direkt Nummernschild, immer, die ganze Zeit nur die Nummernschilder, schaue, wo kommen die Leute her. Wenn ich diesen Landkreis nicht kenne, will ich am liebsten sofort googeln, woher der kommt, so, das ist so mein Ding. Und wenn die irgendein lustiges Wort haben und ich sehe, die haben sich also quasi Gedanken gemacht, über die Nummernschilder, ja. Dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel Com oder in Stuttgart ist ein Klassiker immer Sex oder sowas. Oder das ist so, am schlimmsten wirklich. BMW in Berlin. Ja, BMW in Berlin ist die schlimmste Combo. Also, wenn ich sehe, da hat sich einer Gedanken gemacht, dass ich dann hingehe und schaue mir die Zahlen an und übersetze ich die Zahlen in Buchstaben, also 1 ist A, 2 ist B und so und dann schaue ich, ob der das Wort weitergeschrieben hat. Wow. Ob der zum Beispiel vielleicht, ob der zum Beispiel geschrieben hat irgendwie. Weil zum Beispiel, es gibt, man kann ja in Köln auch Keg machen. Ja. Und dann zähle ich, wie viel der Buchstabe W ist und dann Keg W oder so, oder wenn einer hat da Elefa, dann gucke ich, hat er ein N und T noch mit seinen Zahlen geschrieben. Junge. Aber immer, jedes Mal. Aber haut das manchmal hin? Also, selten. Weil das klingt so, als würde das niemand machen. Ich glaube, also manchmal haut es hin, ich glaube, das ist Zufall. Aber ich habe auch schon so ein, zwei Atzen halt auch, die gesagt haben, ja, ich habe halt das mit Zahlen so gemacht. Das sind halt die ganz Verrückten. Kann jemand bitte Edel, also es muss doch irgendeinen Ort geben, der ED hat. 100 Pro. Und dann EL und dann Talk in vier Zahlen. Ich glaube, das ist zu lang, ne? Zu schwierig. Mit A würde gehen. Edeltal. K würde auch noch gehen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Crazy. Ich habe noch was mitgebracht. Eine kleine Frage. Ich habe viel mitgebracht, Bro. Wir schaffen gar nicht mehr heute alles. Aber eine Sache möchte ich sagen und vielleicht auch Shoutouts gleich geben und nochmal sagen, wie klein und groß die Welt ist, Bro, okay? Ich bin gestern in meinen Insta-DMs oder so und habe so ein bisschen durchgeschaut, was los ist. Und hatte einfach ein Arschbild. Ja. Leider nicht gerne schicken. Und dann ist das so eine DM, das fängt einfach so ganz normal an mit so, hey, ich habe so einen Rin-Song gehört auf YouTube. Den neuen. Ja? Commitment issues. Ist geil. Warum haben wir es gleichzeitig gesagt? Japs Cola Facts. Kevin Teller, du bist wieder frei. Ey, Darkman, korrekt. Ich habe gedacht, beim Podcast sollte ich dich befreien. Ja, das war's. Ja, ich habe den, ich habe einen neuen Rin-Song auf YouTube gehört und dann wurde mir das Rin-Edel-Talk vorgeschlagen, die Folge. Das war aber eine Person, die hatte davor noch nie Edel-Talk gehört. Wo ich auch dachte, das ist das beste Beispiel. Wo ich auch dachte, dumm. Ja, wo ich auch, aber das beste Beispiel auch, dass wir YouTube machen sollten, weil ab und zu fragen auch so Leute, boah, seid ihr euch sicher mit diesem Video-Ding und so, keine Ahnung, good old days, so, ab und zu lese ich das mal. Okay. Aber ja, bestes Beispiel dafür, weil Leute entdecken es halt und die hätten das Spotify nie entdeckt, so. Voll. Und dann geht der Satz aber noch weiter. Ja, und dann dachte ich, Mensch, es ist doch Dominik damals aus der Schule. Bro. Und dann war das, dann war das eine Mitschülerin, die ich halt das letzte Mal vor neun Jahren oder so gesehen habe, vielleicht sogar länger her noch, die einfach mich wiederentdeckt hat in der Edel-Talk-Rin-Folge, indem die ein Rin-Video einfach geschaut hat. Bro, das ist cool, man. Das ist ehrlich cool. In der letzten Zeit passiert das immer öfter. Ich hatte sowas ähnliches auf dem Splash. Ich war in so einem Artist, wir waren in diesem Artist-Bereich und ich war auf dem Artist-Bereich war ich richtig fett scheiße. Ich habe so einen richtig dicken Dump da gelassen und dann gehe ich so raus und dann war da so ein Girl und die meinte so, yo, hi, was geht ab? Ich so, dann hat man gedacht, man so, okay, kennen wir uns vielleicht oder so? Ich dachte so, hi, was geht? Und dann meinte die so, yo, ich war übrigens auf deiner Schule und dann habe ich so gecheckt, ob sie so cappt und dann habe ich alles abgefragt. Sie wusste alles. Sie wusste den Schulleiter, sie konnte alle, sie kannte auch die Spitznamen von den Lehrern und so Sachen. So gleichzeitig mit dir oder war sie einfach später zufällig auf der gleichen Schule? Äh, nee, die war viel jünger. Ah, okay. Aber also die hat vier Jahre nach mir Abi gemacht. Trotzdem crazy, wenn diese zwei Welten irgendwie colliden. Ja, das ist crazy, Mann. Vor allen Dingen, also Königs Wusterhausen ist jetzt auch nicht unbedingt die größte CD. Bro, letztens, letztens habe ich im Apple Store, ja, ich habe mir ein MacBook gekauft und da meinte der so, ich musste so Rechnungsadresse so angeben und, ne, Firma halt Königs Wusterhausen. Und dann habe ich Königs Wusterhausen so gesagt und dann meinte der so, hä, irgendwoher kenne ich das? Und dann meinte ich so, ja, vermutlich kennen Sie es aus den Nachrichten, da wurde meine Familie totgeschossen. Von diesem Corona-Arzen da. Ja, genau. Ja, Wichser, Wichser, Wichser. Ja, aber das passiert mir in letzter Zeit richtig, oder was heißt richtig oft, aber die letzten vier, fünf Jahre oder seitdem ich überhaupt irgendwie online bin oder seitdem wir in den Podcast waren, bin ich richtig gut undercover durch unser Radar geflogen so, aber das, es ist wie so ein Schneeball, dass jetzt immer mehr Leute kommen, es wirkt jetzt auch nicht so, als würden wir es untereinander so erzählen. Ja, du bist auch bigger, aber als jetzt vor zwei Jahren, Bro. Ja, gut, ich meine. Du machst jetzt Videos, die 50k Views und mehr haben, wir machen einen Podcast, der irgendwie übelst geil war. Der übelst geil war. Auf YouTube auch, der einen auf YouTube irgendwie immer so 40 bis 50k hat nach ein paar Wochen. Das ist immer übelst geil. Und der bald live ist am 6.9. Im Gloria, 20 Uhr, gibt noch Karten. Ja, aber stimmt schon. Klar, aber trotzdem ist es für mich irgendwie trotzdem krass, weil so, das war wirklich original vor einer Woche, habe ich halt so eine Fragerunde gehabt auf Insta und dann hat irgendjemand gefragt, ey, welches Saxophon hast du gespielt? Gibt es ja verschiedene Arten von Saxophon. Habe ich halt geantwortet. Auf die Story hat auch eine alte Schulkamerade geantwortet, die ich noch länger nicht gesehen habe. Also in der Klasse war ich, bevor ich sitzen geblieben bin. Das heißt, die habe ich quasi eigentlich so in der 9. zuletzt so richtig. Und dann waren wir aber halt zusammen in der Big Band und haben zusammen Saxophon gespielt. Und die hat darauf geantwortet, so auf den und hat es halt dadurch auch irgendwie connected. War das ein Full-Circle-Moment, basically. Bro, es ist schon crazy, man. Also, shout-out dafür. I like it a lot. Krank. I like it a lot right now. Wir haben es in den letzten Folgen mal vergessen gehabt, wurde uns auch angekreidet, die Empfehlung of the weak man. Ich habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht, ob ich gerade mal spontan... Boah, doch, ich habe einen. Alter, ich komme mal wieder mit einem Song um die Ecke, Freunde. Komm, mach. Aber ich habe mal so einen richtigen OG-Track ausgepackt. Und zwar empfehle ich euch, Freunde, Many Man von 50 Cent. Bro, das ist ein geiler Track. Many Man, many, 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 many. Der Song wird auch so tot gesampelt, aber übelst geiler Track. Also, man muss wirklich das aller, aller... Das 50 Cent Ding ist das Original, right? Oder hat der es auch gesampelt? Boah, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist das Original. Ja, ist auf jeden Fall übelgeil. Also, Original, die anderen sind ja auch übelgeil. Habe ich auch in meinen Favorite Tracks auf jeden Fall. Ich empfehle euch einen Twitter-Account, Freunde. Den habe ich irgendwie vor ein paar Tagen gefolgt, und das wirklich jeder Tag lohnt. Jetzt kommt es über das eigene. Jeder Tag lohnt sich. Er war natürlich mein eigener auch. Der heißt Good Reddit, Great Reddit Sometimes. Okay? Kenn ich, kenn ich. Also, man sieht den ab und zu mal. Und da ist jetzt wirklich einfach so geiler Scheiß drauf. Ich glaube, ich bin heute nochmal auf den... Also, ich habe den heute nochmal in meiner Teilnahme gesehen und dachte, Bro, ich muss den empfehlen. Und zwar ist es ein Screenshot von einem Reddit-User oder... Nee, eine Reddit-Userin. Also, man kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, es ist eine Reddit-Userin, die eine Frage gestellt hat, also auf Englisch, und zwar If one third of all vaginas on earth were suddenly filled with cement and you were tasked with dealing with the subject on a children's show, how would you go about it? Und das hast du als Frage gestellt und der Screenshot zeigt aber... Warte, 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 was heißt das übersetzt? Also, wenn ein Drittel aller Vaginas auf der Welt mit Zement gefüllt werden plötzlich und... Was war das mit Children's Show? Und du würdest jetzt in einer Kinder-Fernsehshow damit beauftragt werden, dieses Problem zu lösen. Was würdest du tun? Wie das Problem? Was muss man da für ein Problem lösen? Naja, Bruder, ein Drittel der Vaginas sind mit Zement voll. Das ist ein Problem. Ja, im Moment bin ich mitgekommen. Aber wo kommt jetzt das Problem, dass es eine Kindershow aufgreift? Das war jetzt halt noch ihr Add on top. Auf jeden Fall, das fand ich schon massiv lustig, sich so eine Frage auszudenken. Aber dann hat man gesehen, dass sie halt kurz danach auch noch zwei andere Fragen gestellt hat oder davor. Und zwar, suppose your boyfriend fills your vagina with cement in your sleep, how do you get revenge? Und dann hat sie nochmal was gefragt. Nochmal zu Zement? What's a fate worse than one's vagina being filled with cement? Also, das ist ein richtig präsentes Thema bei ihr. Meinst du, ihre Vagina ist gefüllt mit Zement? Ich glaube, ihr Boyfriend hat es mal gemacht und jetzt versucht sie über so Umwegfragen, weil sie es nicht so richtig zugeben will. Oder sie möchte es gerne machen. Und jetzt über so Umwegfragen versucht sie jetzt rauszufinden, was sie tun kann, wie sie sich rächen kann. Bro, ich bin auch so Slavik, Slaviks TikTok-Account gekommen letztens. Ich glaube gestern. Und dann habe ich so gesehen, der hat immer so eine Sexpertin. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und beantwortet dann immer so Fragen und dann war irgendwie so, ich habe den Namen nicht mehr, aber sowas. Es war sowas wie, was ist der cremige Kaka-Du? Und dann war das dann so eine Sexpraktik, wo man so Scheiße in die Vagina macht und dann reinfegt. Oh ja. Nee, das hieß nicht, das hieß anders. Nee, das hieß anders, ich habe mir was ausgedacht gerade. Ja, ja, ich weiß, was man weiß. Und dann hat, davor habe ich eins gesehen, das hieß, was ist Snowballing? Ja. Und es ist, wenn du in den Mund kommst von der Person und die gibt es dir dann rüber in deinen Mund und dann ist ja ein bisschen Speichel dabei. Und dann gibst du es zurück und dann kommt dir wieder ein bisschen von dir Speichel dazu und so wird es immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Ja, das ist schon nice vom Ding. Das klingt vom Ding ja sehr nice. Ich möchte zum Schluss noch einen Tweet vorlesen, okay? Den habe ich vorher beim Essen gelesen. Ich weiß nicht, ob jetzt der Gag so rüberkommt, aber ich finde ihn einfach verfickt lustig. Von Borreliose, Sarah. Man kennt immer so Hardcore-Twitter-Userinnen irgendwie schon so am Namen. Auf jeden Fall, sie schreibt. Sie schreibt, habe gestern einem Teenager gesagt, dass ich sein Dortmund-Trikot cool finde. Also sie ist schon so ein bisschen älter, ne? Sie ist jetzt nicht erst 17 oder so, I guess. Ich glaube, das ist wichtig für den Gang. Habe gestern einem Teenager gesagt, dass ich sein Dortmund-Trikot cool finde. Und dann hat sein Vater mich zehn Minuten später am Arm gepackt und mich zu ihm gezogen und gesagt, geh und küsse ihn, er braucht manchmal Hilfe. Der Vater kommt, geh und küsse ihn, er braucht manchmal Hilfe. Bro, wirklich. Das ist eine verfickte Welt in der Verleihung. Das ist eine unangenehme Situation. Ey, Leute. Leute, was nicht unangenehm wird, oder vielleicht ein bisschen mal gucken, ist die Live-Show im Gloria. Kommt euch da Ticket, 1Live Podcast Festival. Ansonsten war es eine großartige Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Das gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde persönlich interessieren, ob das Verhältnis Gäste zu Private-Folgen cool ist aktuell. Für uns ist es cool gerade so. Für uns ist es cool, aber ich würde trotzdem gerne die Meinung der Zuschauer wissen, um dann drauf zu scheißen. Also ihr könnt schreiben, aber wir lesen es. Ja, for real. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gerade gefällt. Ob ihr irgendwas so abgebrochen könnt. Wie ihr das findet ihr gerade alles. Und ansonsten vergesst natürlich nicht, Bewertungen abzulassen auf Spotify und auf YouTube überall. Das ist sehr wichtig. Hilft uns sehr viel. Wir haben mehr Bewertungen als Impulsive. Habe ich letztens gesehen. Auf Spotify. Auf Spotify. Das ist sehr, sehr geil. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.